dunkel grüße und willkommen liebe leute ja diablo 4 diablo und samira und sowie und wie alle wieder vereint ich habe getrödelt bei mir heute mal schneller als ich etwas mal andersrum ich musste noch ganz viele dinge für den stream machen und ich bin gerade so in meiner arbeit versunken tut mir leid dass ich hier früh auch mit ankündigung da gewesen was hat heute war nicht gepasst ja aber egal ja nur habe ich leider die urzeit 18 irgendwo geschrieben habe ich völlig vergessen zu tun und auch wieder nicht nicht ganz so halten können jetzt endlich ich hätte auch noch jetzt gesagt dass wir streamen wollen welche noch eine stunde beschäftigt gewesen mit dem stream avatars gedöhnt egal wie sind wir jetzt so bist du denn da unten ist dann wollen wir nicht noch die tiere also da machen wir noch habe sie arbeiter oder wat da habe ich immer ja ich habe jetzt da gerade 1850 ansehen noch 150 auf maximum zu bringen nachher hatte man ich warte mal da bist du kommst du du bist ruhig muss ich trinke ich auch warte ja ich war wieder schocken wieder ist immer schon war ja es den katzenkorb jetzt habe ich riesiges kamera stativ für die katze mit der zweite bildschirm wieder schräg stehen kann und ich besser lesen kann cool offenbar musst du das alles zu kaufen deine eigentliche cam verkaufen nein ich muss ja auch um die um die beleuchtung hier kümmern und um die irgendwie fast kaputten kopfhörer kaputt aber ob das die katze zu sehen nee also die laden so lala auf so lala lala ja aber erst mal geht es mir um die beleuchtung muss ich erst mal richtig hinkriegen soll dann ich kümmere mich morgen drum passt hallo kensnera ja ihr werdet gelesen so sehr viel wo wir sind überlege ich gerade ich habe hier eine dicke quest eine runde quest blaue quest ich habe hier noch irgendwie ein da habe ich so die habe ich aber die habe ich nichts er kann sein dass es nicht fest weil ich jetzt noch fertig gemacht hatte kannst du die fix fertig machen ich überlege noch ein zwei sachen jetzt müssen es gewesen sein da war ich mich schon durch das war noch paar sachen hast du bist ein früherer pausen was ich wollte doch zu ende machen die quest ich erinnere mich die habe ich schon durch ist aber nicht mehr lange heißt das also du gehst jetzt da und ich gehe vorne ne ach ich schon mal vor eigentlich kommt ich komme ich nach einfach ich hätte aber der quest wenn es noch geht ich weiß gar nicht genau so nebenbei noch keine habe ich nicht also du bist dass du gar nichts ist das ist ja blöd ja mach ich trotzdem mal deine quest fertig hier ich guckte mal ein paar langen raus die auswählen können man hat besagen will ich noch den habe sah hast du nicht stufe 3 3 schon aber viel halt noch nicht ja ich weiß ja was dafür für fünf brauchen so rum warum als 2000 punkte sowieso für jedes gebiet wenn es danach geht damit wir nachher die maximalen paren punkte dazu kriegen ja aber ich würde erstmal die machen damit überhaupt erst auf 3 ist oder hast du noch nicht überall auf 3 nein so war so im kirch ist haben wir nicht erst auf 2 und sonst überall und 3 also okay ist dann wo es bei der nicht ist tatsächlich ja sonst mir auch nur auf drei wie gesagt 3 reicht jetzt mehr kannst du nicht machen ohne level oder welch über 3 2 ja aber okay ja dann dann auch auch gut also da hätte ich zum beispiel einen schlusspunkt machen müssen ja ja warte ich bin ja ich muss ich überlege diesen aspekt darum der sie zu komisch geschrieben ich muss gucken aber was für mich ist und nebenbei versuchen wir auf dich zu haut nicht hin machen wir eine quest erst ich bin gleich dabei natürlich markiert hast in der markierung halt zusätzlich ich habe es alles klar ja gut ist nicht was ich auch weg daheim cool dann komme ich damit das anordnungen aber wo die politik ist die frage und das ist ja dran sie kann ich so aus für mich für mich weiß ich ist es ja dann so ok für die psyche super leid ich bin ein bisschen verbeilt ich bin noch ganz voraussetzung mit dem kopf und überhaupt egal doch doch das kann ich bei der basteln heute ja ich fast wieder stream das hier das ding ist ich weiß was hat das schon gut aus dass ich gesehen habe bei dir hör mir auf hör mir auch war das für arbeit ist naja egal hallo die musik ist aber so geil ich bin dann hier wo du mit macker gesetzt hast und warte auf dich das war ich weiß ich nach ohne verdächtigt weil du meinst du bist jetzt aufhören ich weiß warum aufgetauscht aber ich gehe nicht mehr lange nicht fest hier hast du nicht beendet lebe sie hast du gesagt dass das und das muss ich da machen und die blutdingen star ja das habe ich nicht angetippt gehabt dann kam so meine katze mannequin kommt daraus müsste daraus kommen noch quatsch kann ich war jetzt weil sie wieder weil deine kopfhörer gut gegangen sind deswegen hast du auf wird an der stelle ja das war's ich kaputt ausgegangen kaputt ausgegangen sind aus kaputt ende deswegen habe ich hier noch fix ich was fertig gemacht und da warst du aber schon raus das hat auch nicht lange gedauert so teilt sich auf in deinem sohn sowas an deutlich machen menschen seit jedes mal trotzdem danke das ist ja eigentlich aber schon ich kann das wegen warum ist es hier so laut ehrlich bin ich auch vor lauter alles habe es gelevelt weil ich hier kein kille für dich denn geschehen super danke ich bin es der werwolf stürm wir stürmen hallo haben jetzt 30 prozent mehr schaden so ich will gerne und das muss ich wirklich abgeben oder sowas ich sehe blaue punkte bei dir auf dem wegpunkt wo ich gerade noch gewesen bist nach oben zu mal ran zu mal ran an die karte da oben hoch da beim wegpunkt fest abgeben links nie nicht da liegt wegpunkt ja 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 ich kann ja bloß denn nach könnte ich alle mal so ich fange mal an mit ein bisschen sport werden samir erzeugt die zeug klärt ja 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 nie bei dieser ok alles cool läuft schon strafe wofür heute ist montag verdammt egal ich habe vergessen die neue community challenge auf mögliche aktivierung zu setzen dann mag den morgen hat er mit allen dingen zu tun zwar ohne ende stress ohne ende alles für den stream ja und dann wird mir gedankt mittel wasser hier davon ja ja am arsch so ich kann nicht fest hier ist dann ist doch ganz links unten noch nicht kommt so denn ich habe da kein wegpunkt für 7 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 8 doch da in die city ab zu hammers bald ja genau zwei rest des bäcker nach jim oha ekelhaft jim hauptsächlich jim geschwänzt das geht gar nicht nur weil es geregnet hat obwohl ein auto hat das ist ja eine faule sau ich glaube das ja wohl nicht dass ich auch nicht aber dann aber mir immer sagen und so ne aber selber noch viel schlimmer ich fahr selbst bei regen mit fahrrad zum sport ich muss halt nur aber auch urlaub frei haben und so arbeit sonst will man sein stilze kilometer weit weg ja und weil ich er kann ja mit autofahren hat sich mit auto hat sich losgedrückt darum geht zwei räder der typ bist du bist du bist du denn habe ich wieder mal ich dachte ich habe mir doch in der tatsache in der stadt hat du bist schon hier am stützpunkt aber okay ja nicht bei regen das kann ich verstehen ja ich habe eine frische autos er hat gesagt ich in zwei autos also ja dann hol dir mein auto und fahr damit so jetzt hier und mache jetzt linge die flieger schützt mit level 45 erforderungen aber stürte ich ja nicht mehr und wusste ich nicht dass man es aussucht so war der offenbar egal ich habe alle herz zu mir ja alle ran saugen wie geil ist das eigentlich zack 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 habt ihr jetzt davon ja 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 so läuft das hier von wegen für den level bereit ich habe kaum noch geistes kaffee zack 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 einer ist so gut wie weg das war auch immer danke für den follow 1980 ich brauche mehr geistes kraft so richtig ein bisschen feit ja ich bin für die vorlesen ich sehe ihn ganz gut naja ich habe so deine vermalen steht auf dem screen oben was soll ich machen ich musste ja bescheid sagen hast du den weg zu mir gefunden aber ich habe keine kraft mehr ja ich habe die lesen folgen ist schon wieder hier oben ich mache den schützpunkt ich bin gleich neben dir naja wo sie auf dem chat und auf spiel konzentrieren schwierig ich weiß weil ich hätte ja diese kuchen oder kochen diese kuchen eindeutig käse kuchen ja zu mir ich habe keine geisteskraft mehr als lange blöd namen dann schon was haben muss so papa ich habe keine geisteskraft mehr weil die baba der baba eigentlich weniger spielen sollten noch nicht als andere karte weil der von vornherein schon 50 für den schadenfunktion hat weiter mal die alter mit entsprechend defensiv ausgerüstet sind sollte eigentlich funktionieren mit dem barbaren chat lesen ich warte kurz so lange ja er war ja und ich schreibe endlich eine werbe finden ja ich wieder beim kerl ist vorgestern auf dem weg ausgegangen hat mal kerze getauscht und stecker noch immer angespannt das war uns geht es um die zocken gerade angefangen so kündig eingestartet in den stream kurin doofe aura weiß ich nichts von also ein zweiter bar stark genug für die defensiv aber ja dann ist gelohnt ich habe ich gespielt ich kann euch viel zu sagen ich habe drei ich glaube es gibt aspekte nach mit dem mann ebenso erhöhen kann ehrlich du hast ja glaube ich mit dem herzen extra wolf oder dann gibt es doch aspekte nicht der meinung oder zwei davon aber ja ich spiele nicht als wölfe spielen zwischen mit ranke weil macht es geht aber zu wenig sind ich würde gerne mit zwölf anspiel und danke aber reicht einfach nicht henkmus hier noch nicht aber rababa rababa rababara bar mama douses in wir band ab bilder war ja der barbara barber bei den kopfhörern ich lese vor was sie ja dik schreibt der 0 ist weil ich craber aber ja und zwar in der länge wie ich vor gelesen habe ein herzen anersätze bei der das herz ist ja so ein temporärer wolf der ersten glaube ich macht generellen wolf mehr das heißt du hast immer drei und vielleicht mal vier wenn ich mich täuscht richtig ich habe immer zwei erinnerungen wird dass er durch das weg meine ich nicht durchs herz durch der meinung ja ja nicht durch aspekt das ist ja auch nein hat man nicht so gerade gesagt durch herz habe ich ein wir haben stream beweise ich habe den dritten wolf durch das herz ja du hast aber eben aspekt gesagt deswegen meine ich ja du hast du nicht meinte er hat ja deswegen habe ich nur jetzt habe jetzt sagen dass das jetzt ist er falsch da war es sein einfach nicht raus was das weg gesagt war dieser ist man jetzt mal ich habe ich mir jetzt jetzt verwirklich sein für den klipp an der gleiche klippe von irgendwelche ich bin noch nicht bereit manche mann ziemlich vieler boss und wir sind unter level also ja ich hatte problem hier mit dem mit meinem nico manchen vor einer weile wie der schreibt sagt ob sie irgendwas zu laut ist irgendwie diese koppelig heute auch anders aber ich muss noch etwas warten wenn ich auch so verdammt und hier ich bin zwar nicht bereit ich habe ich tränke das ist doch nicht nur weg ist ja ja kommen ja noch nicht hin dazu noch ordentlich schaden aber ich bin gelebt dass wir noch nicht bereit ich kenne das effekt an heute denn das der barbara 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 ich kann es nur sich an er sucht nachmachen ich komme mit dem schaden die tränken und so weiter hier das ist gerade ekelhaft ich habe keine geisteskraft mehr dieser blöde post verzieht sich immer was meinst du ist zu laut mit mir das spiel ich bin noch nicht bereit das ist bei posten oftmals spielst du auch noch einmal für sonst noch mal zu kühlen dann im bau ist generell bei dir ab und dann zu leben wobei es länger nicht hat er tatsächlich auch für mich empfinden ja jetzt der welt was erst wieder tage er halt sich gerade erst sagt ist nicht aus die kasse auch alter ich bin noch nicht bereit und dann hier zu mir was er wieder weg das gibt es aber nicht ja du bist ja gar nicht nervig oder sowas der richtung nein nein wird aufrufen wird wie gesagt das ist schon nicht ohne dafür geht es natürlich einigermaßen besser als gedacht unten war ja wo die leute randu freigling nicht bereit man meinst du brauchst dass er keine geisteskraft und ich ließ das gleiche ich bin das ist ein bisschen gestresst sonst färg mir noch nicht weißt du bescheid kommt schon viel wird noch für der wolf mega attacke sich wieder alles dran ich bin noch nicht bereit wie du bist du tot gefällt mir nicht lebe ich selber wieder ich mache schon ich mache schon auffang ist nicht tot sein man ist da ziemlich die wir lieber gleich sofort und diese folge ist wirklich gut und jetzt naja stellte mich wieder auf die blase doch jetzt lauft und danke gut ja jetzt geht's ab also wieder am start zu haben bist du wieder tot nicht dein ernst schon immer noch weg jetzt da habe ich gar keinen schaden gehabt ja ich auch wäre es hier dem überhaupt nicht so was wir noch einmal ging mir ganz genauso ich muss noch dies war egal jetzt haben wir ihn aber ich habe ein so die jugendlichen leicht sind weil die gar nicht nehmen dass er wieder umgebracht hatte sauerei oder ach doch diese nirgendwo sind die heißen wir auch so nicht bereit aber die schütter hätte es da auch eine ranke wäre im zwischen schon längst überwältigt worden ich bin noch nicht mal ja bloß so weg damit meine ulti die hatte ich noch auf den aus der ja nur nicht und ja ich rede von der ranke dank ist ja keine ulti will ich nicht ist super ist mir egal ich bin niemals ohne ranke spielen ist nicht ich sage ich bin ich nicht okay ich lebe ich tut hier sein mein leben haben sie keine energie versorgt weil ich war nicht ein obs ändern kannst du das damit du für dich das spiel weiter gleich laut hast ist die sounds die sounds auch schon reden ja nein da hat ein extra button normalerweise ich würde es aber trotzdem ein spiel empfehlen über das spiel zu regulieren denn ich glaube das doch flieger schreibt ist ein lauter so und wenn das jetzt bei diablo anpasst hast du alle spieler auch leiser musste man dann bei us neu justieren das ist kacke das leben dann im spiel selbst regeln ist mein das jetzt so gut sound effekt ist ja auch immer so typisch na ja wie gesagt wirst du mir sowieso lauter als als andere ich kann nicht schaffen ich muss nur aufpassen was sich vorher wirkt dass ich dann hau rein kurin ist ja es an sich barba sollte der defensive stark genug sein aber ich habe keinen einweg in den bild und schleichen den gibt und so weiter deswegen kann ich da nur das ist ja die leute sagen wir haben noch gerade gemacht das war doch das nie das sollte ein wegpunkt sein nein nein warum war denn das ich heute als jahre nachgeguckt und da war ein wegpunkt ich hatte weißen schutzpunkt wir haben noch zwei bewegung dabei sind so anders an die warte das trockensteppe dann wahrscheinlich der wegpunkt da oder ich bin mich ganz sicher einer von den beiden sind denn auch zwei schützpunkte auf dem anderen weil er hat mich noch ein wegpunkt dabei habe nicht welches gewesen ist aber ich glaube das war der wo ich gerade mein markt habe ich habe trockensteppe gemacht die alter und kirchistan dachte ich wäre auch eine stadt da bin ich habe nicht so ein blick ist ja auch egal so aber ich hätte noch fünf von sechs wegpunkte du hast ja auch kein bekommen jetzt dadurch es gab hier keinen da gibt es vielleicht oder beim anderen eben aber ich glaube eher bei dem was gewesen ich bin mir hat gesagt nicht ganz sicher dass die andere ist okay ich muss einer stelle mal ganz kurz erinnern liebe leute bei samira läuft der aktuelle die horrorschallenge community mäßig und so ich mache einen ganz kurz vor da gibt man ganz kurz ein paar punkte rein so und treibt ihre challenge voran damit sie ein horrorspiel spielt weil sie will dringend horrorspiel spielen und ja jetzt wenn neue zuschauer dabei sind die es doch nicht wissen jetzt wisst ihr es ganz wichtig das wäre dabei schön danke danke cool einheit wünsche begrüßt weiß ich bin noch nicht so lange da am stream steht da war sie schon da habe ich die mitbekommen schuldigung das näherer dann dann hallo und wirken so war es ein schmied hier das spiel ist das spiel ist das jetzt steht da war es noch am aufbauen wenn ich vielleicht beim skillen und günstiger anfang habe ja kannst du sein kurin ich kann das überhaupt nicht beurteilen ich habe wieder bisher barbara gespielt noch vielleicht halt ein bild oder ein inventar das ist mit fernwartung absolut schwierig das zu beurteilen ich habe mit 55 level erste und die leider passt sie nicht zu meinen wir wollen ich brauche zeit um das zu tun und die die zum wehrwolf passt meinen wir das gleiche ich weiß nicht den helm mit erdfertigkeit ach so ist dabei ist ein unique was er meint keine ulti das kann ich hier nicht tun oder wie oder was also versteinern du kannst du doch ändern was kann man ändern nein er meint wirklich ein einzigartiges alter ohne aspekt mit dem einzigartigen sie kann man sich ja ja das wenn wir mal aber auch noch ein oder zumindest ich weiß ob es bei deinem bild auch so sinnig ist aber man auf jeden fall diese eine unique hellen gleich was auch gewesen sie entsprechend was macht im fleisch was ist das ich muss noch etwas war was man kann ich jetzt noch so weit aber ein bisschen vor für dich wenn du nicht mit mir spielte sagt dann einfach bin auch hier ich sagte noch was und zwar trinken was denn die wurde was zu trinken aufgedrungen gerade also die budget liebe streamer liebe leute auf euer wohl trinkt mit uns samir hat gut reden hier kann man gerade an deswegen sieht man nicht die bleibt verstehen habe ich wieder morgen auch wieder mehr kann wo ist haben wir leben mehr so genau Vielen Dank.